Der Dokumentarfilm am Montag. Ike White, eine vergessene Funk-Legende. Für mich war Jimi Hendrix kein größerer Star als Ike White. Er weigerte sich, der Norm zu entsprechen. Und ein verurteilter Mörder. Ich hab das jeden Tag bereut. Er hätte ein großer Star sein können. Die dunkle Geschichte des Ike White. Super-duper-Plastic-Man. Am Montag um 22.25 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020